Uh! Uh! In Version 1.05, wo du die Level-Höchststufe von 85 auf 90 erhöht. Der Oberaddestruf mich. Besuche ihn in seinem Haus. Okay, klar. Sofort. Moment. Ach so kommt man hier schnell nach unten. Hehe, Fahrstuhl nach unten. Wo sind die Telepost-Stationen? Bring mich mal bitte zum... Genau. Nein. Hier hin. Ah ja, zwei hässliche Häuser, in denen fette Leute leben. Ich weiß. Ich soll nicht so rassistisch sein. Neeeeeell! Naja, komm. Geh beiseite. Neeeeeell! Super Kamigudo! Naja... Willkommen! Ich habe besondere Neuigkeiten für dich. Jetzt, da du vor mir stehst, bin ich mir sicher, dass ich es gespürt habe. Ist es dir aufgefallen? Deine Macht wird immer größer. Ich bin sehr überrascht, wie sehr du gewachsen bist. Aber darüber sollten wir später reden. Komm näher, Kind. Lass mich deine verborgene Kraft wecken. Sehe ich aus wie ein Namikianer oder warum nimmst du nämlich Kind? Die Hand! Ha! Stufe 90 kann ich jetzt erreichen. Yay. Wie fühlst du dich? Ich habe die Kraft erweckt, die in dir schlummert. Doch kann ich immer noch mehr spüren. Ich zweifle nicht daran, dass du in Zukunft noch stärker werden wirst. Oh, 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 oh. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Wir alle zählen auf dich, junge Krieger. Hm. Was gibt es denn noch so? Wir haben doch jetzt schon Zamasu und... Black. Das einzige, was jetzt noch kommen könnte als Charakter, ist Final Fantasy Zamasu. Und danach wird es ein bisschen abwegig, weil... Ich glaube nicht, dass die vom Tournament of Power die ganzen Charaktere noch in dieses Spiel bringen. Ich glaube eher, dass das eher so DLC-Kram für das Dragon Ball Xenoverse 3-Ding sein wird. Wenn ein dritter Teil kommt. Wenn nicht, ist das natürlich möglich, dass hier noch mehr Charaktere kommen aus dem Dings-Event, aber ich glaube eher weniger. Oh no, we got a new one! Das ist ja interessant, zeig mal. Haben wir noch mehr neue? Bojak und... Uh, zwei neue! Und wer ist denn das da unten überhaupt? Hä? Okay. Wir haben zwei neue Ausbilder. Wo ist denn der andere? Noch nicht da. Huh. Tch! Was tröllen die alle so rum? Wer zur Hölle bist du? Was willst du? Bojak wartet auf seine Crew. Aber in dem Aufzug hast du keine Chance. Hol dir die Klamotten eines in der Untergegene und sprich dann mit Bojak. Na, wenn du nichts zu sagen hast, dann gehen wir mit Milz. Wen aus den Augen? Äh... Bojaks Herausforderung. Sammle Bidos Kleidung oder Oberkörper, Unterkörper, Hände, Füße, Bujins Kleidung, bla 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 und Bujits Turban. Unterhalte dich danach mit... Warte mal. Und! Erlange diese Gegenstände ohne sie anzulegen und spreche dann mit Bojak um die Herausforderung abzuschließen. Äh... Äh... Warte mal kurz. Bido und Buji. Und seinen Turban. Ich mach mal kurz ein Foto, damit ich die... Die... Die Namen der Deppen habe. So. Boah krass, wir haben wieder eine Quest. Wie ist das denn passiert? So, ich bin mal für eine Sekunde optimistisch. Welcom, greetings. Habe ich? Habe ich? Habe ich irgendwas hiervon noch nicht? Ich glaub ich hab alles hier. Ja, was für mich heißt scheiße. Hey Sis Aber ich will deinen Pudding Ich glaube nicht, dass du neue Items hast Du hast immer nur den alten Scheiß Okay, wie ich mir gedacht habe Guck mal, hier kriegt man Samasus Kleidung Die hätte ich eigentlich noch lieber Wobei, nee Final Fantasy Samasus Kleidung, die hätte ich gern Ah, guck mal, so weit weg ist das Ganze noch Was haben wir hier? So, was kriegen wir denn hier? Goku Schwarz Kleidung Soll ich das vielleicht machen? So Große Hoffnung Besiege alle Gegner Future Mice Kleidung Kleidung von Super 13 Kleidung von 13 Kleidung von 14 Kampffanzug Kampffanzug Champas Kleidung Ähm What? Lord's Locks Kleidung GTVG Okay Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich diese Kleidung hierher kriege Wie soll ich denn die finden? Wie ich die Sachen finde, will ich wissen Warte mal, kannst du mir was über Updates erzählen? Hallo da Danke Nein Halt CP-Medaillen Kleidung Da war doch gerade irgendwas hier Guck mal Bidos Kleidung 13 Was? Bougies Kleidung Und Bojack's Kleidung Und Bidos Und Ach du Scheiße Mal kurz Wir gucken uns das mal an Mr. Popostobon Mumienkopf ist extra Aralee ist Mütze Brille braucht kein Schwein So Kraftstab Tapionsschwert Ja Der Fächer Sarbonsreif Bojack's Kopftuch Okay War doch Bujin, oder? Oder habe ich mich jetzt gerade verhört? Ich habe ja zum Glück ein Foto gemacht Ich glaube es war Bujins Torbahn Alter, nein Hör auf Ich will mir nur das Foto angucken Bujins Torbahn Ja Das sieht aber geiler aus Kuckuck Nein Nein Okay Dann haben wir schon mal den Weil jetzt wo ich die Kleidung kriege Ist nur noch die Frage Wo kriege ich so viele Münzen her? So Und ich brauche Von Bidos Kleidung Ober Unter Hände Und Füße Und von Bujins Ober Unter Und Füße Ah Ober Unter Füße Okay Bujin Wieso kostet der Scheiß hier 80? Hoh ich erst Bido Ähm Wir haben Schusskleidung Ha Trunks GT Was das hier alles zu kaufen gibt Ey Das ist ja Wer ist Tor? Schon wieder vergessen Bidos Kleidung Ja Her damit So Und Füße für Bidos Kleidung Kann ich mir noch nicht leisten Ich brauche jetzt also noch 30 Plus 80 Macht 110 Plus 80 Macht 190 Plus 80 Macht 270 Medaillen 270 ZP Medaillen Willkommen Freund Okay hier wartet nix auf mich Also ich würde vor allem gerne Sachen in Medaillen umtauschen Hello there Uh-huh Welcome Um Uh-huh Uh-huh Ooh Uh-huh Um We're Uh-huh 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 Ja, keine Ahnung. ZB-Medaillen. Woher? Ja. Ich muss mal sagen, ich kämpfe einfach weiter und gucke, was bei rumkommt, oder? Gib mir einen Moment, yes. Ich will mal gucken, wie viele ZB-Medaillen wir hier bekommen, wenn wir überhaupt welche bekommen. Weil eben, nach dieser Tortur haben wir nur 5 bekommen. Wenn wir jetzt hier auch 5 bekommen, oder, ich sag mal so, wenn wir hier eine bekommen, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Wenn wir hier 5 bekommen, dann müssen wir auch was machen. Die Eradication, ja? Interessant. Dunga Black. Fenshinhan, hallo! So, ich würde jetzt da unten gerne versuchen, den Dragon Ball zu holen, von dieser komischen Zeitzerdatengruppe. Das Ding ist nur, dass ich dadurch eventuell ZB-Medaillen bekommen könnte, ohne das zu wollen gerade. Deswegen musste ich diesmal leider ignorieren. Wir können ja danach nochmal eine Runde mit den Dingern machen, und gucken, ob das mehr gibt, wenn überhaupt was gibt. Verstehst du, wie ich meine? Es ist kompliziert. Oh, I'm so fucked. You brat. What a bother. Looks like you can handle a lot. Piccolo! Do you want to kill? Don't get cocky. Just stay close to me. Do not get cocky. Stay close to me. What? Me? So this is where the energy is coming from. Hello gut, Trucu. What's that? Where's that power coming from? Genau. Final Kamehameha! Ich sollte das besser einsetzen lernen. Das ist aber gut. Ich will dir zeigen, was ich habe. Komm her, lass mich deinen Power sehen. Dammit! No! Okay, jetzt bin ich dran. Okay, Leute. Das haben wir. Keine ZP-Medaillen.